Als System wird allgemein eine Gesamtheit von Elementen bezeichnet, die so aufeinanderbezogen oder miteinander verbunden sind und in einer Weise interagieren, dass sie als eine Aufgaben-, Sinn- oder zweckgebundene Einheit angesehen werden können als strukturierte systematische Ganzheit. In unterschiedlichen Fachgebieten werden darüber hinaus spezifischere Begriffsverwendungen vorgeschlagen, diskutiert und angewendet. Siehe auch, Systemtheorie begriffsgeschichtlich tritt neben die Verwendung der Bezeichnung System für funktionale Gebilde wie Sonnensysteme oder Tonsysteme die Verwendung für eine einheitliche, nach einem bestimmten Prinzip einer Grundidee, einer methodischen Einsicht durchgeführte Anordnung einer Vielfalt von Erkenntnissen zu einer logisch begründeten Gesamtanschauung einem Lehrgebäude, in welchem jeder Teil seinen vernunftmäßig bestimmten Platz einnimmt. Ein hierzu ähnlicher Begriff ist Konstrukt, Begriffs- und Ideengeschichte. Die griechischen Ausdrücke Sigma Y Sigma Tau Etta My Alpha Sigma Y Sigma Tau Alpha My Alpha Sigma Y Sigma Tau Epsilon My Alpha fanden Gebrauch als Oberbegriff für alle verbandlichen Organisationen, die öffentlichen Gemeinwesen mit eingeschlossen. Darüber hinaus wird Sigma Y Sigma Tau Etta My Alpha gebraucht im Bereich der Medizin, B für ein System von Pulsschlägen, im Bereich der Musiktheorie, B für ein System von Intervallen, im Bereich der Literaturtheorie, B in der Bedeutung einer Komposition. An den musiktheoretischen Gebrauch knüpft Platon in seinem späten Dialog viele Boos an. Er spricht von den vielen Verbindungen, welche aus den Zwischenräumen der Töne entstehen und von ebenfalls in Zahlen messbaren ähnlichen Verhältnissen in den Bewegungen des Leibes. Zugleich müsse man dabei bedenken, was darin eines und vieles ist, durch die Selbstüberlegung gelange man zur Einsicht, die wegen der Unendlichkeit jedes Begriffs und Dinges aber nie abschließbar sei. Der pseudoplatonische Dialog Epinomies bezieht den Terminus Sigma Y Sigma Tau Etta My Alpha auf die Zahlen, mit welchen die Gesetze der Sternbahnen erfassbar sind. Seit dem 16. Jahrhundert wird der Systembegriff in verschiedenen Zusammenhängen verwendet, so Z. B. bezogen auf die Sphäre der Politik zuerst durch Thomas Hobbes im Sinne einer Political Entity. Systembegriffe der Systemtheorie Hauptartikel Als Systemtheorie werden Forschungsrichtungen diverser Fachrichtungen zusammenfassend bezeichnet, die komplexe Zusammenhänge durch allgemeine Theorien zum Funktionieren von Systemen überhaupt beschreiben. Als erster definierte um 1950 Ludwig von Bärtal Amphysysteme als Interaktionszusammenhänge, die sich von ihrer Umwelt abgrenzen, die wiederum aus anderen Interaktionszusammenhängen besteht. Gemäß in diesem Kontext verbreiteter Grundideen lassen sich Systeme als sich selbst organisierende Funktionseinheiten verstehen, die ihr weiter funktionieren, selbst produzieren und sich in spezifischer Weise von ihrer Umwelt differenzieren. Etwa durch Ausprägung spezifischer Unterscheidungsweisen Ein Beispiel Seefahrer setzten bestimmte Tiere auf einer Insel aus, um sie später dort jagen zu können. Dadurch gerät das bis dahin auf der Insel bestehende System aus Tieren und Pflanzen durcheinander. Ein neues System entsteht Manchmal entstehen Endemeiten Systembegriffe der strukturalen Linguistik Der strukturalen Linguistik liegt die Auffassung zugrunde, dass sprachliche Einzelelemente nicht jeweils durch sich selbst in ihrer Bedeutung begründet sind, sondern durch ihre Relationen zu anderen Elementen, wobei deren Ganzheit als System mit unter anderem dieser allgemeinen Eigenschaft beschrieben, wird. Leittechnik Siehe auch Technisches System Physikalisches System Zudem 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 Untertitelung des ZDF, 2020